Das ist der kantige Kalkstein. An der Oberfläche hat er Calcit, das in der Sonne auch so glänzt. Und oben drauf so eine Trennschicht aus Ton. Er ist jetzt nicht bearbeitet. Sondern wird so vorgefunden. Es ist zwar nicht streng, streng kubisch, sondern auch mal ein bisschen krumm. Ich werde euch heute mal den kantigen Kalkstein vorstellen. Erst mal Ostikaler Stein. Dann ist von Natur aus so ein bisschen kantig. Sondern. Applaus. hier 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 Das ist so gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da vorne ist ein richtiger Hinkelstein. Ja, wenn sie mal dicker wären, könnte sie hinten als Grunde an sich stehen. Tobias, aaaaaaah. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da vorne ist ein richtiger Hinkelstein. Ja, da vorne ist ein richtiger Hinkelstein. Ja, da vorne ist ein richtiger Hinkelstein. Ja, da vorne ist ein richtiger Hinkelstein.